Ah, es geht so von unten nach oben! Das ist ja voll englisch eigentlich. Natürlich ist es wirklich ein Eis. Unten wechselt die Farbe als erstes. Man nennt das, der Turm wird immer gewöhnt. Also von unten. Entschuldigung. Das ist die Spitze. Manche sind Warteaufnahmen, ey. Das war rot. Nicht mehr. Wow!